Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mein Infovideo und wie ihr direkt seht, bin ich in viel krasserer Qualität da als normalerweise. Ich habe mir jetzt den Elgato Cam Link beschafft. Ja, ich habe es sehr überzeugt, das ist keine Werbung, darf ich sowieso glaube ich noch nicht machen, aber genau, ich sag's lieber dazu, nicht dass Leute sich so denken, was geht eigentlich ab in deinem Leben. Jedenfalls wollte ich euch jetzt nur sagen, dass das jetzt halt neu ist und dass das jetzt so dabei ist und dass das jetzt auf jeden Fall so aussieht. Der Hintergrund sieht jetzt natürlich noch nicht so toll aus, wie er normalerweise aussehen könnte. Ich werde aber demnächst, also es dauert noch eine Weile, werde ich umziehen und da werde ich einen schönen Hintergrund schaffen, weil mein Hintergrund ist jetzt gerade nicht so toll. Wie gesagt, ist halt mein Zimmer, was gerade noch nicht mehr ganz vollständig ist, weil ich schon Sachen weggemacht habe und bla bla bla. Kümmer euch einfach nicht um meinen Hintergrund, weil mein Hintergrund ist jetzt nicht so wichtig wie ich. Ich bin ja auch im Fokus. Hi, ich werde auch schon den nächsten 100 Baby Part mit meiner Kamera aufnehmen und ich bin halt sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, weil bessere Qualität ist natürlich immer noch mal schöner. Ich meine, ich habe echt bestimmt drei Stunden oder so fast gebraucht, um das Ganze hier jetzt irgendwie einzurichten, sodass es irgendwie halbwegs funktioniert und ich möchte, dass es appreciated wird. Ich, es war wirklich schlimm. Also es sind Dinge passiert, wo ich mir dachte, okay, why is this happening? Aber jetzt ist alles okay und ja, ich hoffe, dass das auch alles jetzt so passt und ja, so wie man das halt alles, die perfekten Sachen, wie genau die Einstellungen sein müssen, das müssen wir halt einfach noch perfektionieren. Da wird bestimmt noch einiges sein, was vielleicht nicht hundertprozentig perfekt ist, aber wir werden sehen. Es wird schon okay sein. Ich meine, es ist auf jeden Fall besser als meine Webcam, die ich vorher hatte, weil die Qualität davon war halt einfach echt nicht gut so und die halt schon so. Deswegen mache ich mir da jetzt einfach keine Gedanken. Wie gesagt, in Zukunft seht ihr mich dann jetzt immer so und ne, gute Qualität ist gute Qualität und gute Qualität ist sehr gute Qualität. Es ist jetzt halt doof, weil meine Kamera steht jetzt halt da und mein Bildschirm ist da. Das heißt, ich gucke, wenn ich dann halt Sims 4 spiele, gucke ich halt so und das heißt, ich gucke halt nicht in die Kamera. Ich hoffe, das wird halt erstmal okay sein. Das würde ich halt auch ändern, wenn ich dann halt umgezogen bin, weil dann möchte ich, dass ich halt frontal zu sehen bin. Einfach, ich meine, ich werde ab und zu natürlich in die Kamera gucken, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn ich halt spiele und dann rede und man mich anguckt, dann gucke ich halt einen nicht an. Das ist halt so ein bisschen so kritisch vielleicht. Also ich finde es schöner, wenn man halt direkt so frontal gucken kann. Aber es ist halt gerade nicht möglich, weil so wie das hier gerade ist, funktioniert das einfach nicht. Ich habe hier Freude auf jeden Fall mit mir. Also ich freue mich wirklich, 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 wirklich doll, weil ich habe jetzt ja sehr lange darauf gewartet, dass ich mir das irgendwann holen kann. und jetzt ist es da in meinem Leben und es ist sehr, sehr schön. Ich freue mich einfach unfassbar sehr. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auch, weil natürlich ist es was anderes nochmal und es ist halt schon besser. Und ja, diese Art von Infovideo ist ganz schön weird. Können wir das mal kurz sagen? Ich habe halt schon Ewigkeiten kein Infovideo mehr gemacht und deswegen weiß ich nicht mehr, wie das funktioniert. Ich werde übrigens versuchen, dass der 100 Baby Challenge Part für Samstag auch pünktlich kommt. Ich kann nichts versprechen, weil es ist halt alles doch ein bisschen knapper doch, als ich irgendwie erwartet hatte. Deswegen, wenn es nicht Samstag kommt, dann kommt es wahrscheinlich Sonntag. Ich gebe mir auf jeden Fall ganz Mühe, dass es pünktlich kommt. Wenn nicht, dann macht euch bitte keine Gedanken. Ich werde das auch auf meinem Twitter-Account dann posten, wenn es halt dann doch nicht Samstag kommen sollte. Apropos Twitter, ihr könnt mir natürlich gerne auf meinen Social-Media-Sachen folgen. Die sind so alle in der Beschreibung. Denn es ist, denke ich, relativ wichtig, in Anführungszeichen, dass ihr mir da vielleicht folgen würdet. Denn dann würde man natürlich alles mitbekommen. Und das ist natürlich schon irgendwie wichtig, wenn man diesen Kanal verfolgt. Weil es gibt halt ja auch ab und zu einfach Umfragen zu meinem Content. Und da ist es natürlich schon cool, wenn man halt mitwirken würde. I mean, wenn man sagen kann, das stört mich, dann könnt ihr das sagen und ich kann es dann einlösen. Und es ist natürlich immer besser, als wenn man jetzt halt sagen würde so, nee, ich würde das gerne bei dir anders haben, aber ich kann nichts sagen. Weil in den Kommentaren kommt, duff. Aber wenn ich Abstimmung mache, dann geht's. Aber wenn ihr mir nicht folgt, dann könnt ihr nicht abstimmen. Und dann kann ich nichts ändern. Deswegen folgt mir auf Twitter und auf Instagram und überall, was ich so habe. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit. Meine Videos sind jetzt qualitativer noch. Und es finde ich sehr, sehr schön. Ich freue mich halt drauf. Also mir macht die 100 Baby Challenge auch super viel Spaß und auch alle anderen Videos. Und ja, ich habe halt auch noch Ideen, was ich halt irgendwie machen kann und wie und keine Ahnung. Es gibt ja tausende Challenges, die ich noch halt machen kann. Und ja, ich spiele ja auch privat wieder ein bisschen mehr. Und deswegen kann ich da ja vielleicht auch noch was mit einbinden oder so. Je nachdem. Mal gucken, wie sich das alles zu machen lässt. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gerade. Und wie gesagt, ich freue mich auf die kommende Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Das wäre so, sehr schön. Ich möchte das nicht alleine durchleben. Videos kommen ja immer Mittwoch und Samstag um 17 Uhr. Falls euch diese Regelmäßigkeit noch nicht aufgefallen ist. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Tschüss.